Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix Weiter geht's Soundcheck Nein! Gut, dass man sich nachher festhalten kann Ich brauche noch den letzten Beweis Und der Sprung ist leider ein bisschen blöd Ja, geschafft Hallo Schaut, schaut, ihr habt es gefunden, sehr gut Jetzt können wir alles retten? Seid euch nicht so sicher Sie mag hier unschuldig sein, aber was ist mit euch? Was meinst du damit? Ich werde nichts sagen, aber euch etwas geben Die Kraft der Kälte Eis Ja, jetzt habe ich Eis Jetzt kann ich Eis Was nützt mir das, wenn ich mich nicht heilen kann? Und heilen ist ja auch etwas Wichtiges Vor euch sitzt, ihr königliche Majestät, die Herrskönigin Könnt ihr neue Beweise erbringen? Ja Nun denn, der Verteidiger möge vortreten Mal sehen, welche Beweise ihr gefunden habt Es sind zwar eine Menge Beweise, aber das beeindruckt mich noch nicht Karten Bringt meine Beweise vor Alle fünf Beweisstücke zu überprüfen, wäre verlorene Zeit Also dann wähle eins aus, das du präsentieren willst Anhand des Beweises werde ich das Urte ersprechen Was nach all unseren Bemühungen? Du widersprichst, dann verlierst du auch deinen Kopf Wähle nun eine Schachtel Ja Welche wähle ich denn? Irgendwie Bin mir sicher Nun, wir werden sehen, wer der wahre Schuldig ist Was um Himmels Willen war das? Hier ist der Beweis Eis ist unschuldig Oh, ich bin hier das Gesetz Laut Antike 29 ist jeder, der mir widerspricht, schuldig Das ist verrückt Ergreift sie Ja Ähm, ja Oh, ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Einfach auf den Turm prügeln Das war's, glaube ich, mit dem Turm Leht der immer noch Auseinander Und ganz nach unten Was? Sie ist weg Jemand hat sie während des Kampfes entführt Ihr Trottel Findet den Waren schuldigen, egal wie Da oben ist die Kiste Wie kommt man da ran? Egal, jetzt geht's erstmal weiter Was? Wo kommt denn der Stein her? Hast du Alice gesehen? Alice? Nein Schatten? Ja Wo sind sie hingegangen? Hier entlang? Da entlang? Ist das so wichtig? Ja Links, rechts, oben, unten Alles durcheinander, dank der Schatten Tretet ein in den Wald Der zum einsamen Garten führt Vielleicht findet ihr Schatten im Im Über Im Überkopf Im Kopfüberzimmer Hi Was bist du denn für eine Dickwand? Okay, einer mit viel Leben Jackpot erlernen Na, kommt schon her Kommt schon her Was ist zu heiß? Was ist wohl Bis zum Erstein Der So, weg ihr mit, ihr Feuerviecher. Ja, jetzt können wir mehr. Berserker. Na, komm schon her. Ability. Das ist gut. Und der Stein ist weg. Hyrosplitter. Komm schon, ihr werdet verdichtet. Ihr Herzlosen. Hört auf mit eurer 2. Dimensionalität. Kann man den zerschmettern? Moment mal. Habt ne Idee. Das war aber jetzt fast keine Potions mehr. Item Potion. Blume. Genau wie ich es haben wollte. Essen. Wieder klein werden. Und was ist hier? Eine Trio-Tech. Hey, ihr da. Gibt mir High Potion. Na klar. Eine Mega Potion steht für die Blume, bitte. Und was soll das hier sein? Einige unserer Spion haben besondere Kräfte. Öffnen. Ja genau. Ja genau. Wie wir sagen, speichern. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part. Das heißt и alleszweil. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR